Na hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Land, schau ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es gleich um insgesamt 8 Mounts, die wir uns alle von einem Händler besorgen können. Und dazu seht ihr mich schon auf einem von diesen mehr oder minder schicken Walkvin-Sitzen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ihr könnt es ja gerne in die Kommentare packen, wenn ihr da Anregungen bzw. Aussprachetipps für mich habt. Genau, also das sind diese Mounts. Wo kriegen wir die her? Beziehungsweise wir schauen uns auch gleich die ganzen verschiedenen Farbvarianten an. Ich bin hier mit meinem Rufer einmal im Startgebiet von den Traktür. Das ist hier oben die verbotenen Inseln und dann hat man hier das Startgebiet. Man startet mit Stufe 58 und kann die nicht gleich am Anfang kaufen, sondern ihr müsst ein paar Quests erledigen. Ganz am Anfang ist man hier in diesem Höhlegebäude drin, muss ein bisschen rausquesten, muss dann ein paar Quests quasi hier drüben erledigen. Irgendwann wird man zurückgeschickt und dann hat man hier, wo ich jetzt gerade stehe, eine Quest, wo man dementsprechend eins von diesen Mounts, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, quasi gratis bekommt über diese Quest. Und dann könnt ihr alle anderen einmal bei einem Händler kaufen. Und zwar ist der Händler hier, der verkauft diese Mounts für insgesamt 40 Gold die ersten vier Ungepanzerten und für jeweils 80 Gold die gepanzerten. Während ihr hier questet, kriegt ihr eigentlich genug Gold zusammen, euch alle zu kaufen. Heißt, wenn ihr euch einen Rufer erstellt, dann könnt ihr alle von diesen Traktür-Mounts euch kaufen, wenn ihr diese Startzone so halb bis drei Viertel durchspielt. Die dauert auch nicht so lang. Außerdem macht so wie ich mit vier Chars. Würde ich euch nicht empfehlen, weil man hier alles mal einzeln steuern muss. Ich würde sagen, wir gucken uns die Fiecher jetzt einmal an. Und zwar, das erste habt ihr hier schon gesehen. Das ist der Obsidian-Walkwin. Das ist so ein bisschen dunkel gehalten. Ich dachte, der passt ganz gut zu meinem Main-Rufer, den ich mir jetzt hier erstellt habe, mit dieser dunklen Rüstung. Sieht ganz nice aus mit dem Walkwin zusammen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Walkwin. Wir haben hier einmal den bronzenen Walkwin. Der ist quasi von der Haut ein bisschen bronzen, mit so ein bisschen heller, grüneren, mit einer hellgrünen Mähne. Dann haben wir als nächstes gepanzerter, haben wir hier einen gepanzerten Walkwin. Das sind die, die quasi 80 Gold kosten. Hier einmal mit einer goldenen Rüstung. Hier ein bisschen in blau gehalten. Dann ein maesthetischer gepanzerter Walkwin. Der ist dementsprechend so ein bisschen, ja, was ist das? Rosa? Keine Ahnung. So in die Richtung. Dann mit einer silbernen Rüstung. Dann haben wir den Obsidian-Walkwin. Der ist ohne Rüstung. Den hatte ich euch hier schon gezeigt. Pupa Walkwin. Ah, das ist Pupa. Okay. Ja, wieder was gelernt. Das ist quasi die Variante ohne Rüstung. Dann haben wir den blauen, hier auch ohne Rüstung. Das ist ja für Walkwin. Dann haben wir den schnell gepanzerten Walkwin. Das ist der grüne mit der goldenen Rüstung. Und dann haben wir irgendwie den nochmal Wächter Walkwin. Der ist auch grün mit der Rüstung. Ich sehe jetzt hier nicht den Unterschied. Eigentlich müsste es den schwarzen noch mit Panzerung geben. Ah, und das Ding ist hier falsch drin. Hier haben wir den, ja, Dunkel-Obsidian-Walkwin quasi mit Panzerung. Anscheinend ist das Vorschaubild einfach nur falsch. Ich habe mir gerade gedacht, warum sind das zweimal die gleichen? Aber hier haben wir den. Das sind quasi acht Mounts, die man hier sich relativ schneller spielen kann. Wenn ihr euch eh einen Invoker machen wollt, dann könnt ihr es nebenbei mitnehmen. Sonst, wenn ihr nur wegen den Mounts das macht, sind es ein paar Quests, dann seid ihr hier. Anscheinend soll man dann auch später in einem von diesen Zonen sich, gibt es dann auch nochmal einen Händler von denen. Da muss dann aber Dragonflight einmal schon live sein, dann könnt ihr euch das holen. Aber aktuell im Pre-Patch könnt ihr euch das quasi auch hier auf den verbotenen Inseln direkt im Startgebiet kaufen. Gut, das war es soweit. Ich zeige euch vielleicht nochmal die Koordinaten hier auf der Map. Das ist hier unten. Und, achso, ich habe Koordinaten hier nicht an, weil alles buggt. Aber ihr seht ja, wo es ist, ne? Muss ich leider diesmal die Koordinaten weglassen. Ich muss gerade ein paar Add-Ons deaktivieren. Gut, damit sind wir am Ende. Hat mich für heute so dabei wart. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das ein bisschen weitergeholfen. Und, ja, achso, Mount Special müssen wir noch angucken. Einmal Mount Special noch an. Ja, okay, das hat dasselbe wie die Einhörner. Also da haben sie sich nichts Neues einfallen lassen. Ist aber ein ganz cooles Emote. Gut, ich verabschiede mich jetzt tatsächlich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.